Wo kann ich hoch? Wo bin ich hier überhaupt? Kann mir jemand helfen? Weil hat jemand einen Routenplaner? Was geht Leute? Mein Name lautet Willkommen zu einem neutem Video hier auf meinem Kanal Heute spielen wir mein neuntes Spiel Meine Güte, ich habe ja versprochen Ich nehme meine ersten zehn Spiele auf Sobald ich das Spiel bei mir zu Hause habe Und ich habe es ja schon fünf Tage vorher Es lag auf meinem Briefkasten Ich habe keine Ahnung, wie es da hingekommen ist Wir spielen heute Eine Runde Abschluss bestätigt Keine Sorge, die anderen Spielmodi werden wir auch noch spielen Es wird allerdings noch eine kleine Weile dauern Denn Ich werde mal jetzt schocken Nein, krass, Spaß Es wird noch eine Weile dauern Also ich werde erstmal mein Road to Commander machen Da werden wir alles machen, keine Sorge Äh, genau wie jede einzelne Waffe inspizieren Und gucken, welche Waffe es wirklich wert ist Gespielt zu werden Und welche Waffe es nicht wert ist Obwohl man sagen muss Ähm, jede Waffe ist im Ansicht des Betrachters die beste Und jeder hat so seine eigene Lieblingswaffe Wir spielen heute mit der AK12 Ja, das tun wir Und heute mit dem Rotenvisier Und heute Bin ich ein bisschen nach vorne gelehnt Ich kann immer besser spielen, wenn ich nach vorne gelehnt bin Ich weiß nicht, wer das kennt Aber wenn ich so chille, ne Ich kann nie so spielen, wenn ich so nach hinten chille Ich beneide die Leute, die das können Aber ich kann nicht so richtig ultra gemütlich sitzen Das geht nicht Ich weiß nicht, kennt ihr das? Oder kennt ihr das nicht? Gute Frage, oder? Hallo? What the fuck? Der hat irgendwie... Der sah so anders aus irgendwie Der Typ kommt von links Da bist du ja So ausgewichen Oh Zur Seite Seht ihr, ich kann besser spielen, wenn ich nach vorne gelehnt bin Ist komisch Ich kann es nicht beschreiben Ich glaube, ich will noch suchen Na ja Schucken hin oder her Alles wird gut So ganz langsam, aber sicher Alles wird gut Lalalala So gehen wir hier raus Oh Wow, ich bin so viel besser, wenn ich so nach vorne gelehnt spiele Ich weiß nicht, wer das kennt Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige Ich habe das Gefühl, alle können sich immer so zurücklehnen Ich würde gerne meine Drohne oder sowas bekommen Ach, da ist sie ja Magie, Magie, Magie Die Drohne ist Noch nie Da gewesen Genau Habe die Drohne wirklich noch nicht so aufbekommen Obwohl es geht eigentlich Feindliche Drohne online Oh, da unten kommen die alle lang Ich hoffe mal hier hoch Wo sind die denn? Die ganzen Dog Ja, diese ganzen Dog-Tags nerven mich gerade auf der Karte Ich finde, die Dog-Tags müssen eine andere Farbe haben Weil die Die nerven einfach Ich sehe doch gar nicht die Gegner, wenn ich sie Meine Güte, die Dog-Tags sind zehnmal größer als dieser Scheiß-Punkt der Gegner Obwohl die Gegner wesentlich nicht wichtiger sind Weil das hier absolut bestätigt ist Nicht vergessen Du musst sterben, mein Freund Moment, weil du bist ja gar nicht mein Freund Hab ich vergessen Meine Drohne ist online Natürlich, okay Ich muss berücksichtigen Man kann nicht jeden Gegner auf der Karte sehen Das geht leider nicht Das geht leider nicht, meine Freunde Ah, der Ich hab mal Assist bekommen Auch gut Ich glaube, ich bin zufrieden Ja, ja Zufrieden, zufrieden, zufrieden So, ganz langsam, aber sicher Lalalalala Stop So, unsichtbar Ich bin unsichtbar Keiner kann mich sehen So, ich seh mal hier lang Und hier hoch Von wo kommen sie? Von wo kommen sie? Sag mal bitte, sie kommt von hier Ich kann es nicht Hier ist alles so Ach, du Scheiße Oh Hi Von wo kommst du hin, Mann? Stopp, ich bin nicht vom Urlaub Mann, wir sind hier im Krieg, Alter Was machst du im Urlaub, Mann? Benni, ich will mir auch was gönnen Mein Leben lang muss ich immer für die USA-Army arbeiten Kein Bock mehr Hahaha 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 Ist mir doch scheißegal, Mann Krieg ist Krieg Wir müssen kämpfen Hahaha Okay, sorry Ich weiß selber nicht, Mann, was los ist Ne, ne, ne Verbrötete Done Bitch, ich hab' ich gesehen, ich bin Done Ich hab' nur noch eine Pistole Läuft Scheiße Geh' mir die in Dog Deck Abschluss bestätigt Mann, ich will die Games gewinnen, ey Ah, die kommen alle von hinten, okay Ah, ich hab' keine Warte doch mal Keine Keine nicht warten, bis ich nachlade Ich verstehe gar nicht, wieso die Gegner hier alle so gemein sind Könne ich mir gar nicht erklären Nee Könne ich mir gar nicht erklären Hab'ne Samtex übrigens jetzt Sehr schön Ich liebe Samtex Ah ja, schieß mich ab, Mann Ja, findest du lustig, ne Findest du sehr witzig Alles klar Ah, meine Güte Ich kann hier gar nicht lang So, der kommt von da Von hinten, okay, alles wird gut Ah, problematisch, problematisch, problematisch Ich hoffe, das wird sich ändern Dass ich später wissen werde, von wo die ungefähr kommen Weil es ist wirklich gar nicht so einfach gerade Ich fühl mich auch leicht, 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 leicht verzweifelt Wo kann ich hoch, wo bin ich hier überhaupt Kann mir jemand helfen Weil hier hat jemand einen Lootenplaner Kann jemand einen Lootenplaner oder eine Karte oder sowas Das habe ich noch nie in dem COD gesagt, ich schwöss euch Das habe ich noch nie in dem COD gesagt, ich schwöss euch Sorry, sorry Ich will nur höflich fragen Kann ja sein, dass ich euch nur einen bitte Und jetzt mal ehrlich Es gibt nicht nur zwei Etagen Es gibt 50 Etagen In jeder einzelnen Etage könnte ein Gegner sein Und du musst raten, wo Und wenn du falsch ratest Dann bist du tot Okay, das war's für das heutige Video Vielen Dank fürs Zuschauen Das war mein neuntes, neuntes Gameplay Äh, mein, ja neuntes Gameplay In COD Advanced Warfare Seitdem ich, äh, ja genau Drung nehme Okay, seitdem ich das Spiel zuhause habe Wir werden nicht vergessen Bis zum nächsten Mal Tschüss Das mit der Karte Willst du gucken?